Es hat gerade vier Stunden damit verbracht, die Katze zu begraben. Vier Stunden, um eine Katze zu begraben? Ja, sie wollte einfach nicht stillein. Ach, die war doch gar nicht stillein. Nein, aber es ging überhaupt nicht gut, wissen Sie. Und da wir jetzt vier Tage nach Lüneburg fahren, dachte ich, es wäre doch besser, sie jetzt zu begraben. Einfach nur für sich und Zeit zu sein. Ja, dann haben Sie schon recht, natürlich lieber jetzt. Wir müssen übrigens unseren Wellensittiche einschläfern lassen. Ach, wirklich? Bist du alt? Nee, den mögen wir noch nicht. Jetzt bringen wir morgen zum Tierarzt. Ach, sagen Sie, wie schlettert man denn Wellensittiche überhaupt ein? Das ist witzig, dass Sie mich das fragen. Ich habe nämlich gerade gestern ein richtig dickes, großes Buch über das Einschläfern von Wellensittichen gelesen. Und anscheinend, kann man Sie entweder mit dem Buch erschlagen oder Sie erschießen. Und zwar genau da. Also hier über den Schnabel. Ach, genau da? Ja. Dann sagen Sie ja was. Aber hat Frau Müller nicht Ihnen letzte Woche einfach die Toilette untergespült? Nein! Klm オランダ航空 952便 マドリッド行きのお客様は? Ja. 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 Wenn Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020